Ich hab ja nix. Also warum hätte die Neurobie versprochen? Heute oder gestern anrufen sollen wegen dem letzten speziellen Blutbefund. Pfff, läuft nur permanent Schleim hinten. Fast so an der Kante spür ich, die Nase ist frei. Aber ich spür, wie es dann an der Kante runterflutscht, wie so ein langer Rotzfaden und mir hier bis zum Kehlkopf hängt. Und spätestens, nein, frühestens abends, dann kann ich ihn ausäuspern.